Deswegen herzlich willkommen zurück, hallo YouTube, servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir machen weiter mit Tekken. Ja, ich würde am liebsten natürlich Palworld weiterzocken. Alter, es ist laut. Ich würde am liebsten Palworld weiterzocken, aber... Aber, aber, liebe Leute, es muss halt wieder Content kommen, deswegen zocken wir jetzt Tekken weiter. Dieses Palworld, ehrlich, ich bin so froh, dass ich nicht so voreingenommen war. Aber, wenn du auch Bock auf Palworld hast, dann schau doch auf YouTube rein, ja. Ist natürlich überall verlinkt. Ich meine, du auf YouTube bist jetzt schon da, aber für die Leute auf Twitch. Und ja, ich cosplay heute als Natschi Kukum, habe ich vorhin schon gesagt. Grüße gehen raus, wenn ihr gutes GTA RP schauen wollt, Twitch.tv, Natschi Kukum. Sehr gutes Cop-RP, ich mag den Typen. Ist natürlich nur ein Scherz mit dem Cosplay, aber der hat auch immer so eine Sonnenbrille auf. Ja, meine LEDs sind hier runtergefallen, ganz toll. Ich freue mich. Ja, ähm, es gibt jeden Tag zwei Videos auf YouTube. Jetzt bald drei durch Palworld und der Random Game Sonntag. Der ist jetzt nicht mehr der Random Game Sonntag, sondern es ist der Random Game Zusatz Sonntag. Das heißt, es kommen die ganz normalen Let's Plays, abwechselnd jeden Tag. Last of Us und Tekken und Like a Dragon und Alan Wake. Und zusätzlich kommt immer eine Folge Palworld, weil dieses Game, es macht einfach so süchtig und ich spiele es derzeit jeden Tag. Und wie gesagt, der Random Game Sonntag ist halt dann so ein kleiner Zusatz. Okay. Ähm, morgen wird es dann höchstwahrscheinlich Palworld und Modern Warfare Zombies geben, denn da muss ich noch den Season Pass fertig spielen. Das darf natürlich nicht fehlen, weil ich möchte schon die 300 Codpoints noch mitnehmen. Ich glaube, es fehlen irgendwie noch so 15 oder so. 15 Stufen und dann haben wir den auch durch. Okay. Ähm, wir machen weiter. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Da haben wir cleared und jetzt sind wir bei diesem neuen Battle Modus Chapter 10. Viele Chapter haben wir nicht mehr, sind schon beim, ja, 15 glaube ich, gibt's. Und 10 haben wir. Das heißt natürlich nicht, dass das Let's Play dann zu Ende ist. Ähm, das Let's Play ist halt dann von der Story her zu Ende, aber dann geht es ja noch mit dem Arcade Modus weiter. Und allgemein werden wir, sobald neuer Content kommt, immer wieder neu spielen. Und allgemein werden wir, sobald neuer sind. Und ich will, sobald neuer sind, was er will, sobald neuer ist, was er will, und ich will Jinn meine Hilfe geben. Ich bedanke mich, dass wir gemeinsam mit uns kämpfen können. Ich bin bereit, dass wir mit uns kämpfen können. Ich bin bereit für die Weihnachtsmittel. Es ist schon fertig. Ich bin bereit, wir werden mit den Schwerden und den Schwerden mit den Schwerden. Der Wettbewerb ist sehr schrecklich. Es ist nicht möglich, dass wir die Krieg nicht bewegen. Aber wir wollen nicht die Zukunft der Schwerden zu bewegen. Die Welt ist auf deinem Wettbewerb. Okay, haben wir das hochgeladen, jawohl, haben wir hochgeladen, okay, sehr gut, alles klar. Das Handy wieder für den Chat her. Ton ist aus, oder? Ja. Okay, also Multi-Person-Battle against hearts of opponents, haben wir schon gelesen. Aua. 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 Aua, was geht? Komm her, check, 7. Kommandant Lars, ich wollte dich ändern. Du denkst wirklich, dass du gegen uns eine Chance bekommst? Oh ja, so wie Street Fighter, wenn du einfach so rumläufst. Schau dir mal vor, so wie Street Fighter Attacken, Alter. Boah, wäre das geil. Und zum Playable Hub und alles. Fände ich mega. Was, habe ich nicht gelesen? Fuck, hab's weggeklickt. Ha, check, komm her, du Wixxer. Bam, Alter, ich fick euch alle. Ha, wie cool, aua. Bam, motherfucker, let's go, komm her. Okay, cool, also oben sehen wir die Anzeige. Der gefällt mir schon besser als der andere, ehrlich gesagt. Aua. Great. Sick. Marvelous. Okay. Alter, cool. Wie cool. Macht der Ultra Laune, Alter, mit dem. Ich hab halt die Moves mit denen noch nicht so raus, deswegen sorry dafür. Aua. Komm her, du Wixxer. Oh, da ist wieder ein Check. Hey. Albert Wesker auf Steroids. Oder Duke Nukem auf noch mehr Steroids. Wie die einfach in die Charaktermodels zu buggen, ne? Das, glaub ich, gehört nicht so zum Game. Wobei wir eigentlich auch irgendwie als Albert Wesker spielen. Stimme, Alter. Hört sich an wie Albert Wesker. Und er ist halt genauso OP wie Albert Wesker, muss man dazu sagen. Kommt ja, ihr Wixxer. Ich fick euch alle. Hört sich an. Alter, wie cool. Die Checks sind einfach übelst verpackt. Hey. Alter. Sick. Du musst eigentlich die Kamera mal spiegeln, ne? So, Niklas sei Sohn. Der Leo. Oder auch unsere Nachbars Mizi. Hört sich. Du bist doch Asusena von der Ortiz Farm. Stehst du jetzt auf der Seite der G Corporation? Hm, hey, mach. Si es taas, wenn es aber La Corporación, es wird eine excellente Publikierung für meinen Café. Also, nicht das Café's helfen, zu erreichen die Weltung? Bitte was? Echt? Du behandelst mich wie ein Verbrecher? Komm her, bitch. Alter. Niklas, dein Sohn ist ja übelst op. Ey. Aua. Okay, sie ist auch op. Komm her. Mann. Okay, er ist nicht op. Au. Alter, was geht denn mit ihr ab? Was geht denn mit ihr ab? Ha. Wo ging der Haken hin? Wo ging der Grapple Hook hin? Alter, sie hat ordentlich auf die Nuss bekommen. Arriba. Bist du klischeehaft, dass sie das sagt? Es gibt auf der ganzen Welt kein Kaffee-Leubhaber, welchen ich nicht kennt. Germania Hell from Germany? Fuck! Was? Bin ich in einem Fiebertraum? Ihre Marke für Promoten haben wir noch gesehen. So, jetzt fighten wir als Niklas. Let's go! What? Einfach weggedugt. Warum bist du mit der G-Kooperation? Es ist deine Schuld, ich stehe hier gerade. Was sagst du? Du hast gesagt, wir würden die Tournament-Prize verletzen. Er hat es einfach vergessen, oder was? Komm her! Alter, wir sind die Super-Möwe! Komm, 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 komm! In die Fresse! In die Fresse! Bam, Alter! Niemand fickt die Möwe, außer die Möwe selbst! Und vielleicht eine Katze! Aua! Oh, nein! Ich dachte, das können wir einen Kombo-Move machen! Ey! Wow! Tja, aber geil ist nicht alles, du Wixer! Aua, aber in die Fresse kriegen wir trotzdem! Okay, das ist ein würdiger Gegner für die Möwe! Oua! Oh! Oh uh! Oh! Sorry, Bro! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Was? Oh nein. Erstmal auf Bärenjagd mit einer Panzerfaust, alles klar. Und vor allem, das ist Joseph Napier. Warum kam die Musik auch? Nex ist Multi-Battle, okay. Hallo, Jack, hau ab jetzt. So können wir nicht laufen. Okay. Ich kenne die Multi-Battles aber geil. Also mir gefällt es. Ich weiß gar nicht, gab es das in den vorherigen Games auch? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ne? Bäm, Alter. Ins Gesicht, ihr Wichser. Kommt her. Ultra-Kombo, ihr Pisser. Alter, einfach alle weggenutzt. Wuuu. Nice. King. Mizi. Wir sind die Super-Mizi. King-Mizi. The one and only baby. Check-Elite. Komm her. King. Wir ficken die Elite. Komm, let's go. Ultra-Mizi. Wir sind die... Aua. Auf Mizis zu schlagen. Ich freck dir deine Beine, du Pisser. Alter. Aber ist ja klar, die Ultra-Mizi muss natürlich wieder gegen die Elite-Gegner spielen. Das muss ja auch fair sein, Leute. Muss ja auch fair sein. Aua. Check. King. 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 Mizi. Wir machen euch alle platt, Alter. Wir sind die... Mizi. Alter, wie cool. Schau dir das an. Wir sind die Killer-Mizi. Und ich bricht das Knack und dir bricht auch ins Knack. Du hau in die Eier. Rage Burst. While in Rage-State, you can Rage Burst once with R2. Rage Burst is a wide range attack that knocks back to the top. Rage Burst. The character's Rage State will end after using Rage Burst. Ich glaub, das hat er gemerkt. Wow. Wow. Elita soldier? Okay. Come tell you, Elita Vixer. Wow. Wow. Aua. 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 Hör auf. Hör auf. Wow. Wow, was geht ab? Fuck, wir haben nicht mehr viel Leben. Ja. 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 Oh, komm her, du kleiner Picker, alter. Alter, der wär doch mega nice in Mortal Kombat, man. Wow. Wow. Aua. Wow. Hey, lass uns doch mal angreifen. Alter, was, was geht denn mit ihm? Oh. Hey. 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 Okay, jetzt komm her, du Ficker. Ja. 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 Ich will eine Exe nach Tekken. Ich glaub, da machen wir wirklich so ein Kampf-Sport-LP. Ob es jetzt Tekken oder Mortal Kombat ist. Oder Street Fighter, ne. Aber ich tendiere eigentliche echt fast zu Mortal Kombat. Tekken ist mega. Einfach weil die Kombos viel mehr Spaß machen. Aber Mortal Kombat ist halt wegen der Brutalität nice, ne? Los, ich bin das so schlecht mit den Kombos. Was meine Damen und Herren? Arigato Alter, was ist denn mit dem Feng? Alter, der nimmt ja gar keinen Schaden, der Typ. Schauen wir uns an, der nimmt ja so gut wie keinen Schaden. Au! Okay, der wird nicht so einfach. Der wird nicht einfach, Leute. Aua! Bäm! Fuck! Alter, okay, der wird ultra schwer. Der macht ja gar keinen Schaden. Schauen wir uns an, der nimmt keinen Schaden. Das bisschen da jetzt, das macht halt nix aus. What the fuck, okay, das wird jetzt nicht easy. Um... Um... Fight! Get real power, my knee! Oh, don't always lose up! Oh, don't always lose up! Oh! 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 Nochmal, komm! Komm, 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 komm! Jetzt kriegen wir ihn! Oh! 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 Alter, lass uns aufstehen! Aua! Scheiße! Oh yeah, jetzt aber! Bäm, alter! Nice! Ge-fuck,t! Gefuckt! Untertitelung des ZDF, 2020